Hallo Mitspieler, mein Name ist Joshu und ich spiele mit euch Long Dark. Wir sind bei 60% hier in der Höhle im trostlosen Marschland. Was ist mein Schluck? Ne, mach es gibt gar keinen Schluck für mich. Okay, dann muss ich erstmal zur Flasche greifen. So. Die Sonne geht auf. Wir haben ein paar schicke Sachen hier. Winkwasser gekocht, ich nehme das mal mit. Ja, was ist der Plan? Also, ich gehe wieder raus. Und... Ich habe mehrere Dinge vor. Zum einen... Oh, die Sichtbedingungen sind da nicht so gut. Zum einen möchte ich natürlich den Ort hier ein bisschen erforschen. Zum anderen... Zum anderen... Brauche ich Birke. Ah, ich weiß nicht, ob er es zu heikel ist. Okay, da liegt was. Natürlich gut. Nehmen wir mal raus. Eins. Okay. Dann... Zurück zur Höhle. Damit hätte ich gar nicht gerechnet. Äh, wo ist meine Höhle? Hier. Ähm... Geschmacklos. Gehen wir rein. Noch mal kurz aufwärmen. Vielleicht... Vielleicht... Esse ich das einfach so ein bisschen abzufedern, was ich hier an Lebensenergie verliere. Gehen wir... So. Gehen wir... Gehen wir weiter. Weiter. Ich denke, ich schneide jetzt erstmal den Rest raus. Ja, also wir wollen natürlich ein paar Prozente gewinnen. Also Prozente meint ein bisschen mehr von der Umgebung mitbekommen. Aber es geht mir auch um Ressourcen. Also, Birke. Nehmen wir jetzt einfach den Rest. Sehr gut. Ähm... Lackporlinge. Hageboten. Das sind alles Dinge, die ich gut brauchen kann. Rohrkolben. Und... Ja, da bietet das trostlose Marschland einiges. Ich kann gleich mal schauen, wo ich gerade bin bei meiner... Äh... Prozente-Statistik. Bei 23 Prozent. Okay, ist noch nicht so doller. Gut. Wie viel Streichholzer habe ich insgesamt? Ich habe jetzt noch fünf. Ich könnte fünf mal Feuer machen. Okay. Gut, also für das Abendbrot ist gesorgt. Und ich muss sagen, ich spaziere hier auch deshalb, äh... hier hätte ich alles zöcke. Weil... Ich bei all meinen Besuchen hier noch nie auf den Wolf gestoßen bin. Das bedeutet nicht, dass das nicht auch trotzdem so sein könnte. Aber ich halte es schon für eher unwahrscheinlich. Schade, dass ich bei den... Sichtverhältnissen nicht zeichnen kann. Oh, wir haben hier sogar einen Hirsch. Weil die Spuren checken, das sind nur... ...Hirschspuren. So. Hat er was für uns? Leider nicht. Also ich habe in Erinnerung, da müsste ich, äh, dann offline nochmal schauen, dass es einen Zugang gab von dem Kessel in Milken, äh, zum Grat. Also zu dieser Ebene hier im trostlosen Marschland. Aber ich erinnere mich nicht mehr, ob man da von oben runter gestiegen kam, oder... ...keine Ahnung, wie das war. Okay, es klart auf. Wie schön. So, ich denke, wir sollten zurück, sonst verlieren wir zu viel. Und, äh, machen wir gleich mit der Lupe Feuer. Oh, so viele Birkenstücken hier, wunderbar. Alles Medizin. Marschgrad. So. Null Prozent. Null Prozent. Hm. Naja, es ist noch nicht so blauer Himmel, sondern eher so diesig. Trotzdem, ich hätte gedacht, dass man schon ein bisschen, äh, was jetzt mit dem Brennglas hier machen kann. So, mach das. So, ich glaube, wir sollten zwei Stunden schlafen. Wärmen uns dabei auf. Ähm. Schauen wir mal, ob die Sonne rausgekommen ist. Dann würde ich gerne Zeichnung machen, aber vielleicht an einem Ort, der ein bisschen windgeschützter ist. So. Ja. So. 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 Also hier sieht es doch wirklich so aus, dass es so hell ist. Als ob die Sonne hier erscheint. So was ich allerdings noch nicht gefunden habe. Und das noch keine Birken. Okay. 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 Ja, ich glaube so war es. Man hat sich von einem dieser Vorsprünge da oben glaube ich abgeseilt. Ich mich richtig erinnere. Gut. Also dann noch was anderes. Dann können wir leider nicht mit der Lupe Feuer machen. Das ist schade. Okay. Okay. So. Here we go. Gut. So. 40, 40, 19. Mal gleich hiervon was. Damit ich nicht weiter runterfalle. 19, 14. Okay. Okay. Ooh. Alles für dich selbst ist. Du warst nicht so weit. Oh es kommt schon mal hier. Ah. Einsen zu travel. 2 Stunden 19 und 19 ok hier ist alles gemacht 3 Minuten dann fangen wir mal damit an 9 Minuten dann legen wir das ab dann Sollte Und hier könnte man noch was nachlegen. Ach ist das schön, so ein Gebrutzel hier schick in der Höhle. Dann setzen wir Wasser an. Gut. Ahn. I'm gonna need to eat soon. Eine Stunde vier. 47. Ja. Gut. Ähm. Verband haben wir denn überhaupt welche? Ja wir haben zwei Verbände. Ja okay. So Wasser sollten wir unbedingt machen. Ich will jetzt mal schauen wie viel Wasser wir insgesamt haben. Wir haben 2,64 Liter. Mal einen Tee trinken. Dann. Das ablegen. So. So. 5. 48. 25. Hm. Dann nehme ich die Fackel noch raus. Und esse. weiter. Und dann lege ich mich hin. Okay. Ja. Ja. Dann soll es das für diese Runde gewesen sein. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Lass gerne einen Daumen hoch und ein Abo da. Wir sehen uns in der nächsten Runde. Bis dahin. Macht's gut. Bye. Bye.